hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren star citizen schrägstrich squadron 42 video und auch hier direkt vorab der wahren hinweis alles das was ich euch erzähle sind mutmaßungen ich besitze kein insider wissen ich habe keine ahnung von nichts und ich muss sogar ein bisschen schmunzeln weil ich habe da nie so wirklich daran gedacht das hier ist chris roberts das ist der mann der die idee zu diesem spiel hatte ich weiß nicht warum aber ich habe die letzten monate oder jahre immer gedacht das ist dieser dicke knuddelbär mit dem vollbart der ein video nach dem anderen raushaut sorry da merkt man manchmal die leute sind brain afk gleichzeitig seht ihr aber auch was für eine kompetenz ich besitze was dieses spiel angeht nämlich offensichtlich keine trotzdem wage ich einfach mal wieder ein paar sensationelle mutmaßungen rauszuhauen warum weil das im moment alle streamer und youtuber machen die sich mit dem spiel star citizen beschäftigen die einen wirken dabei sehr kompetent und haben auch ganz ganz viel dazu zu erzählen die anderen wirken eher inkompetent vielleicht eher wie ich und dann gibt es noch leute die einfach mal so sachen raushauen und sagen so und so ist das sehr wahrscheinlich und ich denke mal das ist so eher der typus von youtuber und content creator unter dem ich im moment falle allerdings möchte ich dazu folgendes sagen ich habe naja einen beruflichen hintergrund der sich damit beschäftigt dinge zu analysieren der eine oder andere weiß jetzt vielleicht wo nicht rede ich möchte das aber auch nicht wer weiß wie öffentlich machen jetzt okay auch das kann ich jetzt nicht belegen das heißt sie vor der kamera kann jeder viel behaupten aber ich habe viele sachen einfach nicht losgelassen ich habe genauso wie ihr die citizencon geguckt und habe mit begeisterung euphorisch glücklich zugehört was die uns da alle erzählen und ich bin ganz ehrlich ja wenn so viel auf einen einschlägt was da alles tolles neues kommt und wie schön das alles ist und dann noch die emotionen in einem dann ist man gar nicht mehr so konzentriert auf den genauen wort laut und auf genau das was gesagt wird sondern man lässt sich im grunde genommen nur noch berieseln und es glücklich glücklich und es gehypt jetzt ist quasi nach weihnachten ja und jetzt kann man noch mal rekapitulieren wie ist das jetzt gewesen heiligabend welche geschenke habe ich von wem gekriegt wird wurde wie ausgepackt und was hat welchen wert was kann ich wieder umtauschen so und das mache ich quasi auch immer mit sachen die wer weiß wie angekündigt werden und dann juckt es mir in den fingern warum sagen die denn nicht wann es kommt was 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 meinen die sondern deswegen monolog ihr kennt das schon ich hole auch hier wieder mal ein bisschen weiter aus einfach weil ich möchte dass man meine gedankengänge nachvollziehen kann ich bin content creator ich setze mich jetzt hierhin habe ein schönes bild im hintergrund habe euch die tasche voll zeichnet das auf und ladet das hoch die gesamte produktion dieser kiste inklusive text aufsprechen vermutlich werde ich wieder 30 minuten reden das anschließende schneiden hochladen bildchen fertig machen text eingeben die ganze kiste dauert vielleicht maximal eine stunde dann ist das thema durch ja und so machen halt die meisten content kreatoren ihren content ja auch ein herr knebel den ich nach wie vor sehr schätze dafür dass er uns mit informationen versorgt macht das ja nicht anders sonst könnte der nicht jeden tag drei videos raushauen und noch gleichzeitig einen live stream machen noch mal es ist nicht böse gemeint aber man muss einfach mal drüber nachdenken ja der kann unmöglich jedes video sechs stunden produzieren und noch tagsüber live streams machen und was weiß ich nicht alles da sind sachen die werden kurz zusammengekattet da wird ein text darüber gesprochen fertig das was die hier machen ist aber eine ganz andere nummer nur wir denken da nicht drüber nach auch wir konnten kreatoren nicht weil das ist ja hier das unser job den wir jeden tag machen schuze hast du mal eben zusammen und hause raus der eine gibt sich ein bisschen mehr mühe der andere gibt sich ein bisschen weniger mühe ich bin einer von denen die sich weniger mühe geben die hier haben eine ganze produktionsfirma nur für ich sag vorsichtig youtube content hier seht ihr dass wer der steht in einem raum der ist vernünftig ausgeleuchtet der ist geschminkt da ist tatsächlich puder auf seinen wangen und was weiß ich nicht alles und auch die ganzen anderen mitarbeiter die werden vernünftig eingekleidet es wird ein script ein drehbuch geschrieben alles wird im vorfeld geplant und gerade hier auch in diesem trailer i hold the geht es auch um in game szenen die gezeigt werden was an spielmechaniken verändert wird für squadron 42 und später dann auch das persistente universum so warum ich das jetzt so ausführlich erklärt habe auch dieses video ist nicht eine woche vor der citizen con produziert worden schlicht und einfach unmöglich und das ist auch nicht 14 tage vorher produziert worden solche kisten wie diese hier mit einem professionellen team und allem drum und dran minimum sechs wochen wenn nicht sogar drei monate weil das ding hier ist nicht nur ein trailer den einer am computer eben quasi programmiert hat der dann aufgezeichnet wird und der dann ins netz gestellt wird sondern du hast hier verschiedene leute die du terminlich miteinander koordinieren muss damit sie vor die kamera christ die haben viele versprecher die reden ja alle wunderbar flüssig ohne irgendwelche versprecher es muss mehrmals aufgezeichnet werden hinterher im schnittraum müssen die richtigen szenen rausgesucht werden es muss in einem vernünftigen kontext zueinander geschnitten werden deswegen ein skript und ein drehbuch die musik muss darunter gelegt werden die musikalischen rechte wenn sie jetzt nicht unbedingt bei cg liegen müssen in irgendeiner art und weise vorher abgeklärt werden all diese ganzen sachen finden wochen vorher schon statt wochen vorher warum sage ich das wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen dass das video also selbst die mitarbeiter die man zwischendurch aus deutschland sieht tragen t shirt wenn man davon ausgeht dass dieses video bereits im august produziert worden ist ist das in etwa der zeitraum den solche firmen oder solche teams benötigen um ein so komplexes umfangreiches video mit vielen unterschiedlichen darstellern zu machen das heißt also wir gehen wir jetzt von august aus im august sagte und deswegen wird wohl der chris roberts einer der ersten gewesen sein der gesagt hat soll jetzt machen wir dazu und wir werden das jetzt auf der citizen com ankündigen und deswegen wird er auch als einer der ersten gewesen seien der quasi aufgezeichnet worden ist weil man um das was er ankündigt als chef dieser firma alles andere drumherum schneidet ja darum herum baut und er hat sagen wir jetzt einfach mal im august wurde es aufgezeichnet worden ist gesagt wir sind mit den features von squadron 42 fertig und gehen in die feinschliff phase so und das ist das was fast alle auf der citizen con gehört haben chris roberts selbst sagt wir gehen in die feinschliff phase und das ist in den köpfen aller leute hängen geblieben und das war's dann kurz nach chris roberts kommt aber ein weiterer mitarbeiter quasi chris roberts übergibt an den und das ist der hier der richard tyra und er wurde ein bisschen später aufgezeichnet der sagt ich kann euch die minute sagen könnt ihr euch den text selbst anhören bei minute 15 von we hold the line sagt er wie christian sagte sind wir jetzt in der feinschliff phase von squadron 42 chris hat gesagt wir gehen in die feinschliff phase er sagt wir sind in der feinschliff phase das heißt also als chris robert aufgezeichnet worden ist war das projekt quasi fertig und hat gesagt soll jetzt gehen wir in den feinschliff und als er hier aufgezeichnet worden ist hat er gesagt wir sind in der feinschliff phase und auch hier ich sage ich mal ganz vorsichtig wir sind immer noch im bereich ende august anfang september wo das hier alles aufgezeichnet worden ist ich weiß dass die in miami florida wohnen und ihr ihre büros haben und dass es da immer warm ist ja bitte nicht falsch verstehen aber man kann das auch anhand der lichtverhältnisse all diese ganzen sachen kann man so ein bisschen interpolieren und noch mal die erfahrung als videomacher selbst ja wenn wir ein video fürs technische hilfswerk zum beispiel aufzeichnen karten vorbereiten drehbuch schreiben all diese ganzen sachen und ich kann ein drehbuch ja nur schreiben wenn ich weiß dass das was ich hinterher verfilmen möchte tatsächlich dann auch stattfindet das heißt wo das drehbuch geschrieben worden ist wusste man schon dass quadron 42 fertig ist und nicht erst zwei wochen vor der citizen konnte oder sonstwas also auch hier bleiben wir im bereich august vielleicht anfang september er sagt wir sind schon in der polish phase sondern und dann geht das weiter dann kommen wir relativ zügig in die in game szenen und da haben wir dann einen sprecher den wir nicht sehen können aber der uns das alles wunderbar und schön erzählt und der sagt folgendes wir befinden uns auch er sagt dass wir befinden uns in der polish phase wir haben mehrere teams gebildet die sich auf spezielle aufgaben in squadron 42 noch mal fokussieren um hier den letzten feinschliff zu tätigen auch das ist irgendwann viele wochen vorher aufgezeichnet worden und er sagt wir haben schon mehrere teams die schon am arbeiten sind und jetzt kommt der entscheidende punkt in diesem trailer werden haufenweise dinge gezeigt ja die wir alle gehypt haben und wo wir uns alle gefreut haben wie blöd hier kann man das ja sehen die die fahrt mit dem boot dann haben wir hier hinterher das mit dem mit dem mit den seilen ja die unsere neue seilmechanik damit wir hier auch einige rätsel einbauen können all diese ganzen geschichten dann geht es in dem trailer weiter dann werden dogfights gezeigt die ein bisschen verändert worden sind auch von der zielmechanik so dass das ganze schießen leichter wird man sieht die neuen hat die mittlerweile fertig sind und die ja jetzt auch demnächst direkt nach star citizen rüberkommen der dogfalt geht ein bisschen weiter dann haben wir hier diese spektakuläre geschichte wo wir unter anderem auch das neue inventar des spielers sehen können wo wir die dynamische welt sehen können all diese ganzen sachen und es wird hier an jedem punkt den die da vorstellen davon gesprochen dass man das bereits gemacht hat und es deswegen zeigen kann auf gut deutsch diese polish phase läuft schon eine ganze zeit und das was man hier für uns zusammengeschnitten hat das sagen auch die sprecher die hier die texte aufsprechen sind die veränderungen die im laufe dieser polish phase bereits stattgefunden haben wenn ihr jetzt nicht gut englisch könnt ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der meister in der englischen sprache vor allem was die aussprache angeht weil ich viel zu selten englisch spreche aber was ihr nicht machen solltet ist den google übersetzer verwenden oder den youtube übersetzer der hier unten texte einblendet weil der youtube übersetzer ist der google übersetzer ist ein konzern ja die haben da nicht eine extra software für geschrieben da kann man dann schon mal viel informationen daraus ableiten und ich weiß dass einige deutsche content kreatoren auch offensichtlich der englischen sprache nicht allzu mächtig sind und ganz gerne dann auch webseiten ab filmen mit rechts drauf klicken und den google übersetzer den ganzen text mal eben ins deutsch übersetzen lassen und dann kommen da auch sehr komische und amüsante dinge bei raus die dann da vorgelesen werden man sollte also schon versuchen hier tatsächlich mal hinzuhören und ihr werdet in diesem video keinerlei inhalt finden der besagt dass wir erst in die polish phase gehen sondern alles was hier gesagt wird ist wir befinden uns bereits in der polish phase wir wissen dass eine produktion eines so aufwendigen videos mit vielen verschiedenen sprechern und einem pipapo deutlich länger dauert als eine stunde zwei tage zwei wochen oder sonst irgendwie was ja also noch mal die produktionszeiten da dürft ihr mir glauben das könnte auch google die sind deutlich höher so worauf will ich hinaus es wird ja im moment behauptet ich habe ja hier bereits einen einen so ein aussagekräftiges video gemacht wo ich gesagt habe merchantman kommt die odyssey kommt das server machine kommt und dies und das und jenes kommt weil ich einfach mal ein bisschen zugehört habe und nicht nur zugedröhnt ich habe rieseln lassen sag ich mal ganz vorsichtig ich bleibe dabei ich bin mir ziemlich sicher dass die sich bereits in dieser polish phase befinden und selbst ich habe einige kommentare gelesen ja bei manchen spielen dauern diese polish phasen zwölf monate das mag durchaus sein wir wissen aber gar nicht wie lange die hier schon in der polish phase sind und das ist ja etwas was ich immer wieder amüsant finde dass aus nicht vorhandenen informationen automatisch geschlossen wird zurückgeschlossen wird vor allem von der community dass das gar nicht so ist wenn wir uns auf das verlassen würden was wir hier immer an informationen von denen bekommen dann hätten viele schiffe zum beispiel dieses jahr gar nicht ins spiel kommen dürfen oder hattet ihr irgendwann mal informationen zu einer fury mx oder sonst irgendwie was also an mir sind diese informationen vorbeigegangen und dafür haben wir dieses jahr schon einige beispiele gehabt was kommen sollte dann aber nicht gekommen ist aber auch dass inhalte gekommen sind von denen man nicht mehr wusste dass es die überhaupt gibt und trotzdem waren sie da ein weiteres beispiel für fehlinformationen im moment was social media angeht und dieses spiel star citizen und ich bleibe dabei meine informationen müssen auch nicht richtig sein können genauso viel informationen sein ich versuche das nur mit logik auseinander zu gröseln da hat ein großer deutscher content creator gesagt er geht nicht davon aus dass das 2023 kommt oder 2024 vielleicht sogar erst 2025 muss ich ganz klar sagen liegst du falsch punkt und wäre natürlich schön wenn man den leuten erst mal sagt es kommt 2025 dann kommst doch 2023 ja dann sind die dann freuen die leute sich alle also insofern ist die erwartungshaltung die erweckt vielleicht genau richtig ja es dauert noch und wenn es dann eher da ist es auch gut deswegen will ich das auch gar nicht kritisiert nur da werden genauso schüsse ins blaue geschossen wie bei jedem anderen und ich denke die meinung und die analyse eines jeden einzelnen content creators hat durchaus berechtigung weil die informationen nun mal sehr spärlich sind was ich viel interessanter fand war dass wir da auch über neue raumschiffe gesprochen haben die vielleicht in den zwölf nächsten zwölf monaten kommen und da wurde sich dann auch mehr darauf fokussiert was sie auf der citizencon gezeigt hat mit dieser komischen box davor dass man die fahrzeuge nicht so richtig erkennen kann und daraus wird dann auch wieder zurückgeschlossen das sind die fahrzeuge die in den nächsten zwölf monaten kommen und mehr kommt da nicht noch mal wie viele fahrzeuge haben wir allein dieses jahr gekriegt die überhaupt gar nicht angekündigt worden sind also nur weil ich in einem video acht oder zwölf fahrzeuge sehe die ich nicht mehr so wirklich erkennen kann kann ich doch nicht davon ausgehen dass alles andere nicht kommt das ist ja auch schon wieder quatsch und genau das kennen wir so aus dem spiel dass es quatsch ist der nächste punkt warum sollte star citizen cig hingehen und alle informationen jetzt zur citizencon raushauen womit wollen die dann in zukunft informationen raushauen passt auch nicht jetzt gehen wir noch mal zurück auf die raumschiffe da hat eben ein großer content creator gesagt wir kriegen jetzt hier diese neue diese neue zeus reihe und da ist ja die eine zeus mit dabei die mk2 mr glaube ich heiße ich habe es gerade nicht auf dem schirm die fürs bounty hunting gedacht ist ja wir haben hinten zwei kabinen drin wo wir dann gefangene einsperren können und die können wir dann später an verschiedene gefängnisse übergeben und was weiß ich nicht alles der gute mann hat gesagt er geht nicht davon aus dass das schiff jetzt demnächst kommt vielleicht 2024 vielleicht aber auch noch ein bisschen später würde vorher auch keinen sinn machen nicht bevor das bounty hunting 2.0 da ist solche rückschlüsse kann man natürlich ziehen man sieht ein raumschiff da ist etwas drin das im moment so noch nicht genutzt werden kann also bin ich mir ziemlich sicher das wird jetzt die nächste zeit nicht kommen ich versuche euch jetzt einfach mal wieder so ein bisschen vom denken her und dieses stumpfe ablesen von informationen oder sich vorlesen lassen einfach mal wieder reagieren zu aktivieren das ist nämlich der eigentliche grund warum ich das hier mache ich möchte dass ihr wieder lernt selbstständig zu denken wie viele raumschiffe haben wir im spiel teilweise schon jetzt seit jahren deren gameplay mechanik noch gar nicht da ist mir fällt also ganz spontan gerade wenn wir über das bounty hunting reden die cutlass blue ein also die kann ich jetzt schon seit drei oder vier jahren kaufen man kann damit auch durchs burst fliegen aber ansonsten kann man mit dem ding gar nichts machen weil der gesamte frachtraum von diesem schiff voll ist mit diesen kisten für den gefangenen oder die reclaimer wie lange konnten wir die denn nicht benutzen aber wir durften damit lustig durch die gegend fliegen oder das große tank schiff mir fällt der name gerade so schnell nicht ein ihr wisst was ich meine wie lange gibt es schon das tank gameplay und wie lange gibt es dieses raumschiff also aus nicht vorhandenen gameplay mechaniken heraus abzuleiten dass bestimmte raumschiffe nicht kommen werden hat in diesem spiel noch nie funktioniert ganz im gegenteil meistens ist es so gewesen dass sehr sehr viele raumschiffe ins spiel gekommen sind obwohl es dafür überhaupt gar kein gameplay gibt und das ist ja nun mal wirklich die realität warum man sich dann also trotzdem darauf verlässt dass irgendjemand der giveaways raushaut dass der der ahnung von hat erschließt sich mir nicht ihr merkt ich schieße schon wieder böse in eine richtung aber mir geht es langsam auf den senkel dass jeder andere der content macht grundsätzlich heißt nicht was keine ahnung der hat dazu und so gesagt aber der der das so und so gesagt hat der hat so oft jetzt in den letzten 12 24 monaten daneben gelegt dass es schon weh tut und ich bleibe dabei ich bin mir sogar hundertprozentig sicher squadron 42 kommt deutlich vor dem ende von 2024 meine ganz persönliche meinung damit will ich aber jetzt keine gerüchte streuen und auch nicht dass ihr das glaubt ich bin nach wie vor der felsenfesten überzeugen das kommt zum weihnachtsgeschäft dieses jahr noch wegen wir fast hundertprozentig sicher dann kommen wir zum nächsten punkt das server machine auch da haben wir gesagt nee alter hast du wieder nicht aufgepasst auf der citizen konnte da haben sie doch da nur 33 dinge konstruiert drei boxen und haben dann da sachen hin und her gespielt einfach nur um zu zeigen dass die mechanik funktioniert daraus kannst du doch nicht ableiten dass das server machine kommt gut dann stelle ich jetzt mal eine gegenfrage als nächstes kommt pyro das ist safe noch ein system mehr mit noch mehr planeten mit noch mehr städten mit noch mehr raumstationen mit noch mehr missionen noch mehr inhalten die immer noch nur dieser eine server berechnen soll wir sind jetzt schon runter auf sechs tics mit wieviel tics wollen wir das spiel denn dann spielen mit einem tick das ist standbild 100 meter weiter teleportieren standbild 100 meter weiter teleportieren standbild einfach mal nachdenken ja wenn pyro kommt kann der server der jetzt schon am limit ist definitiv nicht mehr beide systeme wuppern ergo wird es eine lösung geben ich habe jetzt einfach mal so eine mutmaßung rausgehauen weil ich eben auch was diese techniken angeht mittlerweile einigermaßen im thema bin ich lerne das nämlich wir können das stenten system auf einem server mit sechs tics weiter laufen lassen und können gleichzeitig unser server meshing das wir jetzt entwickelt haben testen indem wir zum beispiel pyro auf einem anderen server hosten und diese verbindung zwischen diesen beiden systemen ja durch diesen tunnel zu fliegen da habe ich sogar genügend zeit die daten zu übergeben von einem server zum anderen und gleichzeitig habe ich zwei voneinander isolierte systeme wo jetzt nicht eine ballett vom pyro rüber nach stenten fliegt wo ich dann auch noch diese übergabepunkte genau berechnen muss sondern ich habe zwei systeme und wenn ich von dem einen system wegfliege zu dem anderen system rüberfliege dann werde ich an einen anderen server übergeben der dann vielleicht auch nur mit sechs tics läuft weil er eben auch eine ganze menge zu berechnen hat aber fakt ist nun mal und deswegen beharre ich darauf dass ich recht habe und nicht die ganzen leute die den großen content kreatoren da draußen in einer tour alles nachlabern ja das ist dann server meshing wir haben nicht mehr ein server wir haben zwei server server meshing ist dann da und deswegen meine aussage und ich werde recht behalten server meshing kommt noch dieses jahr mit der 322 wenn wir pyro spielen dürfen denn anders ist das technisch überhaupt gar nicht umzusetzen und ob dann ein erweitertes server meshing kommt wo wir was weiß ich das stenten system vielleicht auch schon in drei oder vier server unterteilt bekommen weil da so viel los ist warten wir einfach mal ab ich würde mich freuen weil das spiel dann deutlich flüssiger läuft dann sind wir weg von den sechs tics ja dann kriegen wir ein bisschen mehr gewuppt und können auch wirklich mal ernsthaft testen weil man das dann wirklich mal alles vernünftig ausprobieren kann aber das eben ist eine mutmaßung ich habe allerdings in dem video auch gesagt ich weiß nicht wie groß dieses server meshing ausfallen wird ich habe gesagt die werden jetzt erstmal gucken und sich vorsichtig herantasten vielleicht für jeden mond vielleicht für jeden planet vielleicht für jede stadt vielleicht aber auch nur für jedes system aber fakt ist auch wenn die das offiziell noch nicht gesagt haben aber technisch ist es eben anders gar nicht möglich die erste iteration des server meshings wird mit der 322 kommen wenn pyro freigeschaltet wird ende gelände und was die raumschiffe angeht die odyssee bleibe ich bei die kommt da bin ich mir sogar hundertprozentig sicher und wenn sie nicht kommt verlose ich zehn starter pakete für star citizen mein ehrenwort da drauf wenn sie kommt wenn ich von euch da draußen zehn starter pakete für mich die kann ich dann auch wieder verlosen in diesem sinne ich wünsche euch allen ein schönes wochenende war schön mit euch zu reden sorry für den monolog aber das ist jetzt im moment so ein bisschen so ein kleiner battle wer hat recht ja wenn ich dann am ende als totaler versager da stehe weil nichts eingetroffen ist dann halte ich in zukunft meine schnauze ich allerdings in diesen ganzen punkten recht behalten habe habe ich vielleicht demnächst auch 40.000 abonnenten man braucht nur noch webseiten abfilmt